Musik Moin Leute und willkommen zurück bei Lego Jurassic World Hier ist ja jetzt dieser riesige Frachter gestrandet Du musst mich hier raus Jaja ich helfe noch Ja das bist du So Jaja ich weiß Das ist hundertprozentig das verrückteste was ich heute sehen werde Nichts kann das mehr toppen Weiß eigentlich jemand was auf dem Boot ist? Ich hab das Memo nicht gelesen Ja Sollte auf jeden Fall eine riesige Attraktion sein Ich bin mal gespannt Ich weiß die Crew Ich glaube der liegt da ein bisschen fest So gut Gott schieb mich aber auf jeden Fall Siehst du da ist die Crew Das ist auch noch wer von der Crew Ich brauche Achtung hier Da liegt das Ding doch Wieso? So Wovon denn Überlebende? Ich befürchte Schlimmes was da an Bord ist Wenn das so weitergeht Dann geht es Mannschau, was gibt es hier? Ach, damit kann ich schon die Hände da hinten befreien. Ich helfe dir. Was ist da drin? Ach du Schande. Was ist da drin? 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 Meine Güte, Junge. Was ist da drin? Was ist da drin? Wir sind die tollen Menschen, die die Welt retten werden. Stimmt. Ich verstehe nicht, was mit der Crew passiert ist. Das stimmt nicht nur nicht so gut. Was ist da drin? So. Was ist da drin? Was ist da drin? Was ist da drin? Da konnte man nicht besonders laut hören, aber man konnte die Unterdrücke übrigens nicht lesen. Was ist da drin? Hey, was macht ihr hier? Nix. Guck mal. Dann schau das nicht. Dich nicht. Nix. Moin, ist da kaputt. Diener! Diener! Diener, lass mich doch waschen. Guck mal! Diener, meine Diener. Wir können Diener, alles mal so, alles mal so, Diener, 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 Diener. Ja, das ist natürlich jetzt richtig geil, Diener. Diener, Diener, oh ja. Ups. Noch ein kleines Stückchen. Ding. Nein, lassen Sie das. Ja. Alles klar. Wir werden ein größeres Boot brauchen. Ach, das Medine-Verboten hat sich dann gegrügelt. Wir haben alles hier, um das Tier zu bändigen. Wir müssen es zum Hafen bringen. Wo ist das Jungtier? In einer gesicherten Anlage. Warum? Wo ist diese Anlage? Wie fücken wir den Großen? Wir folgen den Schrein. Welchen Schrein? Hm, der Karmbelang. Gibt mir das Baby. Oh. 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 Eier! Ja. Das war nicht so schnell. Ja. Das würde ich lieber leben. Oh. Ich kann das Auto hin, würde ich denken. Ich kann das Auto hin, würde ich lenken. Geil! Toll! Ich helf dich mit Schinken ins Gesicht! Ich kann das nicht! Kommen wir? Jawohl! Noch ein Minigid! Geil! 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 Ich helf dich mit Schinken. Geil! 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 Ok. Hm? Dann wollen wir mal. Bereit? Wo ist der Rat? Ist der noch hinter uns her? Mini. Jetzt kommt es aus. Dr. Welcome! Ah! Was haben Sie mit uns? Die Große auch. Die Große will auch den Kleinen. Ja, der Große ist er auch. Warte! Warte! Da haben wir einfach mal die Kampagnen durchgespielt. So, jetzt gerade am einen Stück habe ich das durchgemacht. Leider kein Wann überleben, dann muss ich ihn nochmal wiederholen. Aber auch ein Mini-Gut. ist es nicht gleich. Ich bin echt nicht closetgerät. Ich bin echt verweise. Das ist der Wann überlebt. Sein Wann ist jetzt der Wann. Wer hat, der Wann nachher bist du? Deine Krächer zu schieben. Ich bin echt Apparatur. Das ist nicht mehr. Ich bin echt nicht mehr. Losgeist wird. Ich bin echt nicht mehr. Ich bin echt gut. Da ist nicht mehr. Es ist schwierig zum skullen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sehen uns nochmal nach dem Endscreen Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.